Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Podcast. Schön, dass du wieder da bist, dass du die Zeit genommen hast, hier reinzuhören, vorbeizuschauen und herzlich, herzlich, herzlich willkommen, lieber Danny. Danke erstmal für die Einladung, dass wir hier heute bei dir sein dürfen, in deinem wundervollen Space-Studio. Ja, es ist ein Podcast-Studio im Großstadtdschungel. Ich liebe die Energie hier und hier ist schon so unendlich viel passiert und deshalb schließt sich einfach ein weiterer Kreis, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Oh mein Gott. Und ich habe gerade schon gesagt, das ist nach drei Jahren der erste Podcast, den ich aufnehme. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin etwas aufgeregt. Schön. Ich spreche zwar sehr viel, aber selten in einem Podcast, deswegen let's do it. Fühlt sich gut an? Ja, voll. Geil. Sehr, sehr schön. Ich überlege gerade, mit welcher Frage … Ich beginne mit der Frage von meinem letzten Gast. Ich habe immer Gäste da, beziehungsweise wenn ich einen Gast da habe. Dann darf ich am Ende der Folge eine Frage stellen für den kommenden Gast. Und die letzte Folge habe ich mit Anna aufgenommen. Und ihre Frage ist an dich, was würdest du tun, wenn für dich Geld absolut gar keine Rolle spielt? Das Gleiche wie jetzt? Ich habe mir, einen Teil von mir dachte, dass du das antwortest und es freut mich unfassbar, weil wie kann man, also wenn man sich dieses Leben kreiert hat, weißt du, was ich meine? Dass man genau das tut, was man auch tun würde, wenn Geld völlig egal wäre, dann ist man, glaube ich, irgendwie angekommen. Oder zumindest auf einem sehr, sehr schönen Weg. Ja. Das freut mich. Krasse Frage, krasses Konzept. Bin ich gespannt, welche Frage ich am Ende des Podcasts hier umstellen darf. Kannst du dir schon mal überlegen, aber ich finde, ja, ich finde diese Frage unfassbar powerful, weil man sich so ein bisschen erlaubt, diese ganzen angstbedingten Glaubenssätze und geht nicht und so, alles einmal auszublenden und wirklich mal kurz ins Fühlen zu kommen und zu überlegen, was möchte denn mein Herz? Was will das denn eigentlich wirklich tun, wenn es keine Bedingungen gibt? Ja. Richtig schön. Und ich wünsche mir und ich glaube, jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, wo er für die volle Erfüllung im Leben alle Lebensbereiche integriert und vor allen Dingen auch die Emotionen, die jeder Lebensbereich mit sich bringt, weil schlussendlich das, was wir tun, tun wir nicht für das Geld. Genauso wollen wir auch keine Beziehung, keine Partnerschaft. Wir wollen auch kein Business und wir wollen auch nicht abnehmen, sondern wir wollen ja immer das, was wir aus dieser Sache herausbekommen. Und das ist immer eine Emotion, das ist immer ein Gefühl. Boah, schön. So, das heißt, wir wollen ja nicht dieses Papier mit einem komisch draufgedruckten Gesicht, was uns dann anlächelt, sondern wir wollen das, was das Geld uns gibt. Wir wollen das, was das Business uns gibt. Wir wollen auch niemanden heiraten, sondern wir wollen das, was uns das gibt. Und das ist, für den einen ist das Zweisamkeit, für den anderen ist das Einssein, das Gefühl von Gemeinschaft, für den anderen ist es, die einen wollen Geld verdienen für das Gefühl von Freiheit, die anderen für das Gefühl von Significance, die anderen, weil sie was bewegen wollen in dieser Welt, andere einfach, weil sie sich erlauben wollen, den besten Coach der Welt zu heilen. Aber wenn wir das verstanden haben, alles, was wir tun, tun wir für ein Gefühl, dann stellt sich die Frage, sind wir in der Lage, wenn wir das haben, oder sind wir in der Lage, durch das, was wir tun, dieses Gefühl in unser Leben zu holen und dadurch die Qualität unseres Lebens zu erhöhen. Und die meisten, die merken, sie verfolgen Ziele, sie erreichen Dinge, aber für das falsche Gefühl. Und ja, ich finde das unfassbar spannend, weil gerade wenn ich an Ziele denke, geht es glaube ich schnell, dass man sich etwas im Außen sucht, ein Objekt oder einen Umstand oder eine Person, die man sich ausmalt und dann denkt, dass darin die Antwort liegt. Also man gibt so diese Verantwortung ab und sagt, wenn ich das habe, dann geht es mir gut, zum Beispiel Geld. Und es ist super spannend, an Ziele so anzutreten, von der Gefühlsebene zu überlegen, wie möchte ich mich denn fühlen und kann mir das das überhaupt geben? Weil ich kenne es sehr, sehr gut, Ziele zu erreichen, von denen ich dachte, sie würden sich so und so anfühlen und dann war ich da und habe gemerkt, krass, das Gefühl, was ich mir eigentlich gewünscht habe, kam nie. Ja. Und es ist auch, wenn wir unsere Gefühle, Emotionen, ein Ziel packen, dann ist das Ziel, dann machen wir es immer abhängig von dem Ziel, dann bestimmt das Ziel über uns, anstatt dass wir über das Ziel bestimmen. Wenn wir verstanden haben, dass Gefühle in uns entstehen, durch unsere Gedanken, durch die Art und Weise, wie wir unsere Physiologie verwenden, können wir die Emotionen jetzt schon fühlen, ohne das Ziel zu erreichen. Und es ist nicht so, die meisten leben ihr Leben mit, tue ich was, dann habe ich was, dann bin ich was. Das ist das Konzept im Kopf. Das heißt, ich tue etwas, dadurch bekomme ich etwas, ein Ziel, ein Ergebnis, ich erreiche etwas und dadurch bin ich etwas, dadurch bin ich glücklich, dadurch bin ich erfüllt, dadurch bin ich sicher. Und dieses Konzept führt, und da durfte ich selber durch, zu einer rastlosen Getriebenheit, weil wir merken, ah, jetzt habe ich das erreicht, aber das gibt mir ja gar nicht dieses Gefühl. Und die Wahrheit ist, Gefühle entstehen in uns und es ist nicht so, dass das Ziel dafür sorgt, dass wir etwas fühlen, sondern dass das, was wir fühlen, dafür sorgt, dass wir das Ziel erreichen. In anderen Worten, weil ich bin, tue ich etwas und deshalb habe ich etwas. Weil ich dankbar bin, tue ich etwas, das heißt, übe zum Beispiel eine Prozedur, um diese Dankbarkeit zu expressionieren, auszudrücken und dadurch habe ich etwas, dadurch erhalte ich etwas zurück. Nicht das Geld kreiert die Freiheit, sondern die Freiheit kreiert das Geld. Nicht die Significance kreiert dein Business, also deinen Wert, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich es schon verraten. Nicht das Business kreiert deinen Selbstwert, sondern den Wert, den du fühlst und deshalb etwas tust, kreiert dein Business. Und nicht die Partnerschaft kreiert die Liebe, sondern die Liebe kreiert die Partnerschaft. Deswegen sage ich, start with your state, starte mit dem, was du fühlst, weil die Emotion bewegt dich, etwas zu tun. Ja, Emotion creates Motion. Wenn du bewegt bist, bewegt die Emotion dich. Und dadurch erreichst du die Ziele. Und als ich das verstanden habe, hat sich alles verändert, weil du plötzlich nicht mehr etwas hinterher jagst, sondern du attractest es. Es gibt einen Unterschied zwischen Chasing Something oder Receiving Something. Yes, 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 yes. Das heißt, im Grunde kommt es für mich auch auf die Erkenntnis zurück, dass es natürlich wie immer in dir beginnt und alles im Außen eine Reflexion dann von deinem inneren State ist. Yes. Das ist so spannend, weil normalerweise, so wie ich das gelernt habe, so wie das viele lernen, ist ja, wenn dich was stört, dann änderst, vor allem im Außen. Dich stört etwas, du gehst ins Außen, dich triggert etwas, du gehst ins Außen und versuchst irgendwie die anderen Menschen oder das Universum zu korrigieren. Und das ist ja dann eigentlich die wirklich bedingungslose Eigenverantwortung, zu sagen, es beginnt in mir und ich kann nur in mir arbeiten, nur für mich Verantwortung übernehmen. Und dann ist Vertrauen, dass man die Reflexion im Außen auch erhält. Ja. Und das ist genau das, was du tust. Richtig. Kann man sagen, deine Mission, dein Purpose, Mission, wie nennst du es, deine Arbeit? Ja, Vision. Mhm. Vision. Ja. Ja, im Prinzip ist es genau das. Ich habe irgendwann im Laufe meines Lebens verstanden, jeder Mensch will außergewöhnlich leben. Wir wollen kein Leben, was gut ist, wir wollen ein Leben, was außergewöhnlich ist für die Pusterfüllung. Wir wollen besonders tiefe Beziehungen, wir wollen besondere Freiheit, wir wollen einen Job, der uns erfüllt, der uns wirklich erfüllt. Wir wollen eine außergewöhnliche Gesundheit. Aber wenn du in die Gesellschaft schaust, die meisten Menschen haben eben kein außergewöhnliches Leben. Die meisten leben nicht einen Job, der sie erfüllt. Die meisten haben keine Gesundheit, die sich frei anfühlt. Die meisten führen keine außergewöhnlich tiefe Beziehung. Und ich habe irgendwann erkannt und verstanden, dass jedes Ergebnis, was wir wollen, ich bezeichne es jetzt mal als Resultat in unserem Leben, abhängig ist von dem State, wie wir uns gerade fühlen. Und wir fokussieren uns meistens auf das Wissen, wir fokussieren uns meistens auf Fähigkeiten, auf Techniken, aber wir haben alles in uns. Ja, nur was darüber bestimmt, ob das, was in uns ist, sich nach draußen entfaltet, sind die Emotions, sprich der State, in dem sich dein Körper und Geist befindet. Und ich habe verstanden, okay, du musst nicht lernen, wie du eine gute Beziehung führst. Du musst nicht lernen, wie du ein guter Ehemann bist oder ein guter Vater. Wenn du in einem State bist, in Emotionen von Liebe, von Selbstvertrauen, von Dankbarkeit, dann redest du anders. Du weißt immer, du hast immer, du hast Zugang zu den Antworten in dir. Du weißt, wie du ein guter Ehemann bist. Du musst dir niemand beibringen. Du weißt auch, wie du ein Business aufbaust. Du weißt, wie du ein Leader bist. Aber die meisten befinden sich dauerhaft in einem State von Angst, von Druck, von Stress. Dadurch ist die Physiologie anders, sie atmen anders, sie haben andere Gedanken, sie reden anders, wie wenn sie in einem Gefühl von Leichtigkeit werden und sie handeln anders. Man kann ja auch sagen, dass, wenn man in Angst, in diesem State von Angst ist, ist es viel, geht es um Schutz oder Flucht, Kampf oder Flucht. Und dadurch ist man ja sehr schnell getriggert und auch irgendwo aggressiv vielleicht in seinem Handeln, Denken, in seiner Kommunikation. Und in Liebe ist man mit Gefühl, Dankbarkeit. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich intrinsisch schon da, wenn man mal in diese Gefühle reingeht, wie sich der State verändert, wie sich das System verändert. Und hier kommt der spannende Fact, weil Menschen wollen eine Ausbildung, um ein guter Leader zu sein. Menschen wollen Informationen sammeln, um ihren Körper in Form zu bringen, um abzunehmen, um ihr Gesundheit zu heilen. Aber sind es wirklich die Informationen? Ist es wirklich die Strategie? Ist es so, in Amerika sind 70 Prozent aller Menschen übergewichtig, was eine crazy Zahl ist. Ist es so, weil die Informationen dazu nicht zugänglich sind? Ist es so, weil die Strategien nur einigen wenigen auserwählten Menschen im Internet zur Verfügung stehen? Nein, jeder hat die Informationen, jeder hat die Strategien. Aber wir tun es nicht, weil die Emotionen, die wir fühlen, hindern uns daran, das umzusetzen, was wir wissen. Und ich sage, wie du schon sagst, Liebe und Angst sind die, sage ich mal, Hauptemotionen, die uns führen. Ich sage oder ich habe festgestellt, wenn Menschen nicht das erreichen, was sie sich in ihrem Herzen wirklich wünschen, dann weil sie in einem Zustand von Suffer sind, in einem Zustand von Angst. Jetzt wird gesagt, okay, es ist das Money Mindset, wieder das Wissen, das Kognitive, das Money Mindset. Du bist es dir noch nicht wert. Nein, jeder weiß, warum er sein Business aufbauen will, warum er Geld verdienen will. Aber warum du es nicht tust, ist, weil dein Körper sich in einem State befindet von, okay, ja, aber wenn ich viel Geld verdiene, dann muss ich ja hart dafür arbeiten. Pain. Und schon tust du es nicht. Gesundheit, viel Arbeit, Schmerz, Schwitzen. Pain. Ich muss Menschen manipulieren, weil sie es so gelernt haben. Beziehungen, ich muss gerecht werden, um geliebt zu werden. Richtig. Oder ich könnte betrogen, ich könnte sie wieder verlieren. Pain. Das heißt, so sehr du etwas willst, wenn der Zustand in dem ist, Geld bedeutet für dich Pain, Gesundheit bedeutet für dich Pain, Disziplin, auf mein geliebtes Essen zu verzichten. Ja, schön. Business bedeutet für mich Pain. Weil du Angst hast, groß zu werden, dass jeder über dich urteilen kann, kritisieren kann, wie vielleicht damals in der Schule, als du vorne standest. Und das bedeutet für dich Pain. Oh, da kam mir ganz viele Erinnerungen in. Wow, krass. Siehst du? Ja, voll. Das bedeutet für dich Pain, diese Sache dann, so sehr du es willst, so sehr du auch weißt, was zu tun ist, wirst du es nicht tun, weil dein Unterbewusstsein dich beschützen will. Das heißt, Schmerz wird viel stärker getriggert als Freude. Und ich hasse es, das zu sagen, weil wir alle wollen Dinge aus der Freude raus tun, aber unser Brain tut mehr, um Schmerz zu vermeiden. Ja, natürlich. Ich meine, das Stärkste ist immer noch unser Überlebensinstinkt, weil dafür sind wir hier, um zu leben. Und das merkt man, dass sich bei Angst wirklich das ganze System, der Körper wert, das Bewusstsein wert. Und was du gesagt hast mit den Informationen im Außen suchen, ich finde, da fängt es auch schon an, dieses, ich kenne das von mir selber, von dem Podcast oder so, bei allem, was ich eigentlich anfange, neu anfange, dass ich immer erst mal ins Außen gehe und mir versuche, ganz viel Sicherheit und Kontrolle anzueignen, einzukaufen, vom Außen in Form von Equipment, von Information, um mir einen sicheren State zu schaffen, diese Struktur, um dann irgendwann mit der Zeit zu merken, ah, okay, es war in mir, ich darf es wieder loslassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es geht mir, ich glaube, bei Sport auch so, man kauft sich die nicesten Trainingssachen und so und denkt, ja, dann, dann gehe ich. Das ist super faszinierend. Und auch die Geschichten, die man sich selbst vielleicht erzählt, ne? Über sich selbst, Leidensgeschichten, Vergangenheit, es war schon immer so, warum sollte es jetzt anders sein? Ich wurde schon immer betrogen, warum sollte die nächste Beziehung anders sein? Es hat ja auch viel, du bestätigst dir immer wieder so deine eigene Realität, deine eigene Konditionierung, so. So spannend. Und als du das für dich erkannt hast, war das der Moment, wo für dich klar war, dass du mit diesen Mechanismen arbeiten möchtest? Hattest du schon immer dieses Bedürfnis, für andere damit in den Service zu gehen? Oder wann kam dieser Impuls? Wann kam dieses Gefühl in dir, dass du es teilen möchtest? Das war ein Gefühl, was ich, ich glaube, im April 2019 zum ersten Mal hatte. Also es war so, ich habe, jeder fühlt in sich ja das Potenzial. Jeder Mensch fühlt das Potenzial. Nur manchmal passieren Dinge in unserem Leben, ich nenne es jetzt mal die Geschichte, wir alle haben eine Geschichte, die dafür sorgen, dass sich dieses Potenzial verschließt oder dass wir keinen Zugang haben zu diesem Potenzial. In jedem Menschen steckt etwas Unfassbares und die einen nutzen das, um nackt auf den Mount Everest zu steigen. Ich nenne es mal Wim Hof. Die anderen, die nutzen das, um 200 Kilo Gewicht zu bewegen. Und andere, um unglaublich, ja, unglaublich vielen Menschen zu helfen. Für mich war es so, ich habe auch immer dieses Potenzial in mir gespürt. Aber ich habe durch das, was ich erlebt habe, durch meine Geschichte, angefangen bei Mobbing in der Schule mit viel, viel körperlicher Gewalt, aber vor allem auch emotionaler Gewalt, habe ich einfach emotionale Habits entwickelt, die mich sehr, sehr verschlossen haben. Dinge wie, ich hatte einen Autounfall, wo eine Frau ums Leben kam, die von der Brücke gesprungen ist, Suizid begann hat. Ich habe vor zwei Jahren meinen besten Freund verloren, der mehr ertrunken ist. So, wir alle haben diese Geschichte, ja. Und ich habe mich aber immer gefragt, wie schaffe ich es aus diesen, diese Geschichte hat mich sehr stark geprägt. Meine Gedanken, meine Glaubenssätze, meinen Körper. Und ich habe mich ausgeliefert gefühlt. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe mich verloren gefühlt. Und es gab Zeiten, an denen diese Gefühle mich so sehr beherrscht haben, dass ich kein Licht mehr in der Welt gesehen habe. Und es war im April 2019, wo ich selber auf einem Event war, das Unleash the Power von Tony Robbins, wo ich damals, ich habe Sportwissenschaften studiert, das heißt Zellbiologie, Molekularbiologie, Quantenphysik, weil ich gemerkt habe, das gibt mir Einfluss. Hier kann ich was verändern. Okay, wenn ich meine Ernährung anpasse oder meinen Körper, ich wusste, da habe ich irgendwie Einfluss auf meine Biochemie. Meine Biochemie sind meine Emotionen. Aber trotzdem kam ich da nicht raus. Ich kam, ich war gefangen in mir selbst und auf diesem Event kam dieser Mann auf die Bühne und ich dachte mir, oh mein Gott, was geht hier bitte ab? Und ich weiß noch, ich wollte da eigentlich nicht hin, weil ich habe davon gehört, man springt und tanzt da für vier Tage. Das sind 16.000 Menschen aus 150 Ländern. Wie kann denn da eine Veränderung stattfinden? Wie kann ich als Einzelne mich verändern, wenn das für die Masse ist? Mein bester Freund hat gesagt, Danny, du hast mir mal gesagt, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist es kurz vor dem Sonnenaufgang. Fahr da hin. Ich meine, jetzt ist Geld investiert, 17 Euro noch auf dem Konto, bin da hin nach London. Und dort habe ich eine Sache gelernt. Erstmal er kam auf die Bühne und ich dachte mir, das ist so genial, weil ich habe das ja studiert. Ich wusste, was er macht. Ich so, krass, der macht gerade diese Übung, der macht gerade diese Übung. Ja, weil klar, das bewegt das im Kopf, das bewegt das. Wir haben eine Sache gelernt und ich habe gelernt, der menschliche Körper fühlt tausend verschiedene Emotionen biochemisch. Aber was wir machen ist, wir entwickeln diese Emotional Habits, Gewohnheiten durch Muster in unserem Kopf und durch Muster in unserer Physiologie. Das heißt, wir entwickeln eine Story, verschiedene Gedanken, verschiedene Glaubenssätze und werden gut darin, mit unserem Körper, mit unserem Geist bestimmte Emotionen immer wieder in uns selber zu reaktivieren. Er sagte, du fängst dir keine Depression ein, sondern du hast kontinuierliche Gedanken, kontinuierliche Muster, wie du atmest, wie du deinen Körper verwendest, wann was du glaubst, Perspektiven in diesem Leben, was du hier siehst, die dazu führen, dass du gut darin geworden bist, bestimmte Emotionen zu erzeugen. Ich war verdammt gut darin, depressiv zu sein. Ich wurde gut darin, gestresst zu sein. Ich wurde gut darin, nicht an mich zu glauben. Und ich lernte, okay, es sind alles Muster. Und das war der Moment, wo ich inspiriert wurde, zu lernen, diese Muster zu durchbrechen. Und ich wollte immer, mich hat immer fasziniert, dass nicht innerhalb von zwei, drei Wochen, fünf Monaten, zehn Jahren, das wird in der Spiritualität oft gesagt, das ist etwas, was ich nie wollte, genau. Es gibt einen Grund, warum du das hast. Es gibt einen Grund, warum. Und du musst erst deine Ahngeschichte heilen. Und ja, 1937 hast du das erlebt. Und deswegen bist du so, wie du bist. Und das hat mich immer genervt. Ich war in einer Situation, wo ich jetzt rauskommen musste. Ich musste jetzt einen Weg finden. Und dieser Mann, als mein erster Mentor, hat mir gezeigt, es sind alles Habits. Und ich habe daran geglaubt und er sagte, du kannst alles in diesem Moment verändern. Menschen sagen, Veränderung dauert zehn Jahre, aber Veränderung geschieht in einem Moment. Und an alle Zuhörer auch, immer wenn wir irgendwas verändert haben, wir sind in einer Beziehung raus, wir haben eine neue Beziehung gestartet, wir sind umgezogen, wir haben unseren Job gequittet. Es war immer ein Moment. Es war ein Moment, wo wir entschieden haben, jetzt reicht es, nicht einen Schritt weiter. Das war ein Moment, wo unsere Emotionen so sehr Pain waren oder Freude, wo wir in einem Moment Veränderungen erbracht haben. Und das, als ich das gespürt habe, dachte ich mir, warum gibt es das in Deutschland nicht? Und ich möchte diese Mission annehmen. Ich möchte das für Menschen tun, was jemand einst für mich getan hat. Und ich möchte die Person zeigen, ich möchte die Person sein, die Rahmen kreiert, wo Menschen sich schnell verändern könnten. Nicht innerhalb von Jahren keinen Online-Kurs drei Monate machen, sondern in zwei Tagen, in drei Tagen, direkt nach 15, 20 Minuten. Und wenn jemand kommt, er sagt, er stottert oder er hat ein Leben lang gestottert oder wir hatten eine Frau, die war querschnittsgelähmt, hat einen Starkanfall. Der Arzt hat gesagt, sie wird nie wieder laufen können. Ich will die Person sein, die sagt, doch, du kannst und den Menschen zeigt, dass sie es können, weil jemand das einst für mich getan hat. Und this is my why. Wow. Boah. Erstmal vielen, vielen Dank. Und diese Person konnte danach wieder laufen, by the way. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Krass. Das hat mich gerade sehr berührt. Und das hat mich sehr berührt, weil es echt ist. Weil es einfach bedingungslos echt ist. Und das ist das Schönste der Welt. Und es zeigt wieder, dass du etwas genommen hast, was sich für dich als Schwäche angefühlt hat und das in deine größte Stärke verwendet hast. Dass du das größte Geschenk, was du je erhalten hast, also dass dir das gezeigt wurde, dass du es jetzt teilen möchtest. Und das ist doch das, was jeden Menschen inspiriert. So diese Comeback-Stories. Dieses, jeder weiß, wie es sich anfühlt, ganz unten zu sein. Das ist das Leben. Jeder weiß, wie es sich anfühlt, keine Antworten mehr zu haben. Wie es ist, den geliebten Menschen zu verlieren, Krebs zu bekommen. Jeder kennt das. Jeder erlebt seine eigenen Sachen. Aber was mich am meisten inspiriert, ist der Weg wieder nach oben. Diese typische Comeback-Story, zu sagen, das Leben challenged mich. Und ich nehme diese Challenge an und ich finde heraus, wie. Und einfach nur, weil ich das Why habe. Ich kenne das Wie nicht, aber ich habe das Why. Ich weiß, warum ich es wert bin. Ich weiß, was das Leben für mich bereithält. Und ich lerne, meinen Geist, meinen Körper so zu managen. Ich lerne mich selber kennen, um dann das, was ursprünglich mein schlimmstes Ereignis im Leben gewesen ist, zu dem Schönsten zu machen. Und wenn ich ein Licht bin, der Stern im Himmel, automatisch, weil du bist, orientieren sich alle Menschen, die sich gerade noch im Dunkeln befinden. Und wir alle wachsen. Ja, weil du ein Beispiel setzt dafür, dass es geht. Und Menschen lieben Beispiele, weil es wie eine Erlaubnis ist, auch so sein zu dürfen. Und ich finde es unfassbar beeindruckend, weil es ist absolut gar nicht selbstverständlich und auch ein Geschenk für jeden, mit dem du heute zusammenarbeitest und zusammenarbeiten wirst, dass du überhaupt diese innere Stärke hattest. Also es sind so viele externe Dinge in deinem Leben passiert. Du warst eigentlich auch zum Beispiel Depressionen und so in einem sehr, sehr, sehr schwierigen State. Und ich kann mir vorstellen, dass es in so einem Moment ganz leicht sein würde, die Verantwortung abzugeben und sich da reinfallen zu lassen. Und weil wir haben ja, du hast es ja ganz viele Beweise in deiner Welt, dass du Menschen verlierst, dass du schlecht behandelt wirst und so weiter. Aber ich finde es so wunderschön, dass es dich in die Eigenverantwortung getriggert hat, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt reicht es mir, ich ändere was, weil ich es mir wert bin. Das ist unglaublich. Das ist richtig, richtig schön. Krass, ey. Und was ich sehr spannend fand, du hast in einem Nebensatz gesagt, Emotionen sind Biochemie. Das finde ich super spannend, das Thema, weil ich immer wieder Menschen begegne, die sagen, ich kann nichts für meine Emotionen. Die Emotionen sind da, die sind unbeeinflussbar. Und also es hat für mich immer so dieses Gefühl von, ich gebe meine Verantwortung ab für die Emotionen und ich hatte immer dieses Gefühl von, das ist nicht wahr. Wir können sehr wohl Verantwortung für Emotionen übernehmen und das macht einen Unterschied, wie wir uns ernähren, was wir konsumieren, in was für einem State wir sind, wie wir Dinge definieren und bewerten, weil Emotionen entstehen nur, wenn wir eine Definition von etwas haben. Das finde ich super spannend. Willst du dazu nochmal was erzählen? Wie fluide vielleicht Emotionen tatsächlich sein können. Ja, ich würde gerne zwei Beispiele geben, wenn das für dich okay ist. Voll. Für mich entstehen Emotionen durch zwei Dinge. Erstens durch unsere Physiologie und zweitens durch unseren mentalen Fokus. Und ich fange mal mit dem Körper an. Die Art und Weise, wie wir atmen, du bist im Breathwork, sorgt immediately für einen State Change. Die Art und Weise, wie wir uns bewegen. Wenn ich dir jetzt 1.000 Euro gebe und sage, okay, eine depressive Person steht vor der Tür und klingelt, wüsste ich, jeder, der gerade zuhlt, könnte mir beschreiben, wie diese Person körperlich aussieht. Ja, ich habe direkt ein Bild im Kopf. Genau. Wo ist der Blick? Ist der unten? Ist der oben? Der ist meistens unten. Wo sind die Schultern? Vorne. Wie atmet diese Person? Sie atmet anders, wie wenn sie in einem Zustand von Freude ist. Wie ist die Körperhaltung? Zusammengesunken. So, und man kann sagen, die Emotionen sind die Spiegelung deines Verstandes im Körper. Das heißt, was wir fühlen, drückt sich physiologisch aus. Jede Emotion hat eine andere Physiologie. Angst hat eine bestimmte Physiologie, Freude, Dankbarkeit. Kann man sagen, Angst ist eher kontrahierend? Also zusammenziehend? Ja, ja. Also niedrig schwingende Emotionen drücken sich physiologisch immer aus, dass etwas kleiner wird. Das heißt, Muskeln ziehen sich zusammen. Flacher Atem. Ja. Hochfrequenzierte Emotionen drücken sich immer so aus, dass etwas offen wird. Begeisterung im Gesicht, Mimik. Lachen. Gewinnerpose. Yes. Brust raus, Schultern zurück. Exactly. Jeder weiß das. Tief einatmen. Krass, ne? Es ist in jedem von uns drin. Jetzt kommt das Spannende. Wir alle wissen das, weil wir beeinflussen jeden Tag ja unsere Physiologie. Nur meistens indirekt. Und meistens für die falschen Emotionen. Wenn Menschen nicht mögen, wie sie sich fühlen, was machen sie? Sie trinken zum Beispiel Alkohol. Sie beeinflussen ihren Körper, damit die Biochemie, indem sie Alkohol trinken und dadurch verändern sie ihr Verhalten und dadurch ihre Ergebnisse. Das heißt, du redest anders, du tust andere Dinge, wenn du zum Beispiel selbstbewusst bist. Menschen tun das durch Alkohol. Wenn Menschen nicht mögen, wie sie sich fühlen, dann rauchen sie. Sie rauchen und fühlen dadurch, wenn Menschen sich zu gestresst fühlen, fühlen sie sich entspannter. Was eigentlich dazu führt, dass sie sich entspannter fühlen, ist das mal Me-Time. Fünf Minuten raus, tiefe Atemzüge nehmen. Was ein Konzert. Probier das mal ohne Zigarette. Wenn Menschen nicht zur Ruhe kommen, essen sie. Overeating. Wir alle haben schon mal geovereated. Warum? Du isst etwas, du isst mehr, als du Hunger hast, dann streckt sich deine Darmwand. Du hast den Rezeptoren in der Darmwand, die machen dich müde und träge. Weil Menschen keinen anderen Weg finden, runterzukommen, überessen sie sich, um runterzukommen. Wow, 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 krass. So, und jetzt wird es spannend, weil Wissenschaftler haben herausgefunden, Emotionen verändern die Physiologie. Aber umgekehrt funktioniert das auch. Du hast nämlich nicht nur neurologische Bahnen, die vom Gehirn zum Körper führen, sondern die von Muskelsträngen zum Beispiel hoch in das Gehirn führen. Das bedeutet, wenn du lächelst, wenn du deine Mimik veränderst, wenn du deine Körperhaltung veränderst, dann gibst du automatisch andere Signale an dein Gehirn, löst einen anderen biochemischen Zustand aus, fühlst dich anders, verhältst dich anders, hast andere Ergebnisse in deinem Leben. Ich merke es jetzt gerade. Deswegen machst du Brachen und es geht los. Das können alle mal ausprobieren. Zuhause, macht mal einen wütenden Gesichtsausdruck, ganz, ganz wütend, wie auch immer ihr das vorstellt. Und nehmt einen tiefen Atemzug ein. Und jetzt macht mal Augen auf, lächelnden Gesichtsausdruck und nehmen jetzt mal einen tiefen Atemzug ein. Du kannst viel tiefer atmen, oder? Ja, ja, ja. Es fließt hier natürlich, weil hier mehr Raum ist. Wahrscheinlich, weil der Hals weniger angespannt ist. Das ist super spannend. So, und jetzt kommt die zweite Sache. Physiologie ist die erste. Das heißt, wenn wir lernen, unsere Physiologie zu beeinflussen, die Art und Weise, wie wir atmen, wie unsere Körperhaltung ist, unsere Mimik, Gestik, welche Tonalität wir sprechen, all das verändert, wie du dich fühlst. Und das zu meistern ist totally worth it. Weil wir haben am Anfang des Podcasts gesagt, es ist eigentlich ein schöner Kreis, jedes Ergebnis ist abhängig davon, wie du dich fühlst. Und wenn du auf die Bühne gehst als Musiker und du vertraust dir selbst, du weißt, was du kannst und so weiter, wirst du die krasseste Performance hinliefern. Wohingegen, wenn du in Angst bist, in Stress, scheißegal, wie oft du dieses Lied gespielt hast, deine Performance wird miserabel sein. So, jetzt kommt die zweite Sache. Dein mentaler Fokus. Und das ist super spannend, weil wir denken häufig Zustände wie Angst. Wir schreiben, wir tendieren dazu, Emotionen anderen Menschen zuzuschreiben. Wir sagen, diese Person macht mich glücklich. Diese Person sorgt dafür, dass ich mich geliebt fühle. Voll. Ich finde Geld, ich freue mich. Ich fahre in den Urlaub, ich freue mich. Oh, ich werde gekündigt, ich fühle mich schlecht. Aber das ist nicht, was abgeht, sondern was abgeht ist, ich wette darum, dass in dem Moment, wo dir etwas passiert, du ein bestimmtes Bild im Kopf hast und etwas Bestimmtes zu dir sagst, was eigentlich dazu führt, wie du dich fühlst. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Frau, die ist zu Hause und ihr Ehemann, ihr geliebter Ehemann, kommt nicht von der Arbeit nach Hause, kommt zwei Stunden zu spät. Wie wird die Frau sich fühlen, wenn das Bild in ihrem Kopf ist, dass der Mann einen Unfall hatte und Bluten im Autofrack liegt? Wie wird sie sich fühlen? In tiefer Sorge, Mitgefühl, Angst wahrscheinlich auch und Liebe. Ja. Jetzt kommt der Mann nach Hause, wie wird sie sich verhalten aus dieser Emotion der Angst heraus? Was wird sie machen? Pure Fürsorge. Wahrscheinlich wird sie seufzen und sagen, oh Gott sei Dank, sie wird fragen, was ist passiert, wird ihn in den Arm nehmen. Zweites Beispiel, selbe Situation, aber die Person hat das Bild im Kopf, dass der Mann vielleicht gerade noch mal einkaufen ist oder am Blumenladen vorbeischaut, um sie zu überraschen. Wie wird sie sich jetzt fühlen? Vorfreude, Aufgeregtheit. Ja, ja. Das heißt, wenn wir Stress in unseren Beziehungen haben, wenn wir den anderen immer blamen, Dinge sagen, die wir eigentlich gar nicht so meinen, wenn wir versuchen, in die Kontrolle zu gehen, dann immer, weil wir nicht aufgrund der Person, des Ereignisses, sondern weil wir in der Situation sie bewerten, weil wir etwas Bestimmtes zu uns sagen, weil wir uns auf etwas fokussieren. Ist es wirklich die hohe Plattform, die dafür sorgt, dass wir Höhenangst haben? Und wenn ja, warum stehen zeitgleich Leute dort, die ein Freiheitsgefühl führen und sagen, ich bin der König der Welt? Wahrscheinlich hat die eine Person ein Bild im Kopf von, oh Gott, wenn ich mich gleich an das Fenster lehne, dann bricht das ab und ich fall runter an die Plattform, ich stürze ab. Die andere Person sagt, oh mein Gott, ich sehe das Panorama. Ist es wirklich die Spinne oder die Schlange, die zu einer Angst führt? Nein, es ist der Gedanke, dass sie uns beißen könnte und wir sterben. Heißt nicht, dass die Gefahr nicht real ist, aber heißt, jedes Gefühl entsteht in uns durch die Gedanken. Und wenn wir das verstehen, mentaler Fokus und Physiologie, gewinnen wir Einfluss, weil solange wir die Ursachen etwas von außen suchen, können wir nichts verändern. Und als ich das gecheckt habe, krass, jedes Muster, jedes Gefühl, jede Limitation ist nicht, was mir passiert ist. Es ist 10 Prozent, was mir passiert ist, aber 90 Prozent, was ich daraus gemacht habe, in diesem Moment, wenn du das checkst, es bist du, es warst immer du, es wirst immer du sein. Das ist der Moment, wo du niemanden brauchst, außer dich selbst. Es sind die Geschichten, die man sich selbst erzählt. Korrekt. Es ist unfassbar. Und natürlich, viele Geschichten beruhen auf bereits getanen Erfahrungen. Ich wurde immer enttäuscht, deshalb gehe ich jetzt normalerweise davon aus, dass ich enttäuscht werde. Aber das ist immer das Ding, wieder Thema Eigenverantwortung, man darf sich fragen, ob man es ändern möchte. Und ich finde es ganz wichtig, auch immer mitzugeben, man braucht sich nicht ändern. Man braucht nicht immer glücklich sein. Aber ich finde es wundervoll, wenn man mit dem Bewusstsein rangeht, dass es eine Entscheidung ist, die man trifft. Weil so gibt man sich nicht mehr in diese Opferrolle rein, gibt die Verantwortung ab. Man darf sich auch mal schlecht fühlen. Man darf sich auch mal überessen und mal nicht zum Sport gehen. Aber wenn man es mit Bewusstsein macht, dann kann man es wenigstens genießen. Weißt du, was ich meine? Und man ist nicht in diesem Blaming drin. Ja, und das, was du sagst, ist super wichtig. Weil alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, dann sagen viele immer, Danny, aber dann unterdrücke ich doch Emotionen, wenn ich immer wieder meinen State change. Ganz wichtig dabei. Es geht nicht darum, Emotionen zu unterdrücken. Emotionen sollen gefühlt werden. Es geht darum, wenn du dich jeden Tag gestresst fühlst, jeden Tag depressiv bist, dann wurde die Emotion schon hundertmal gefühlt, aber wir behalten sie. Emotionen wollen gehen. Emotionen wollen gehen, aber wir, du hältst dann etwas fest. Ja. Super spannend. Und entwickelst ein Muster. Wieder eine emotionale Abhängigkeit von der eigenen Emotion tatsächlich. Weil du glaubst, diese Emotion gibt dir etwas. Du glaubst, ich gewinne etwas. Es gibt immer sekundäre Wins. Wir sind zum Beispiel depressiv, weil wir dann das Gefühl haben, wenn wir unsere Storys erzählen, gewinnen wir Liebe, gewinnen wir Aufmerksamkeit. Wir können Verantwortung vielleicht auch abgeben. Ich kann ja nichts dafür, weil ich bin depressiv. Oder ich wurde früher gemobbt. Oder mir ist das und das widerfahren, deshalb bin ich heute, wie ich bin. Es ist zwar eine Schuldsuche, da ist immer Verantwortung abgeben. Ja. Das heißt, es bitte, bitte unterscheidet dazwischen, ab wann wurden Emotionen schon durchgefühlt? Weil, was du sagst, ist vollkommen richtig. Wir fühlen alle ab und zu Negativität, wir fühlen Trauer, wir fühlen Wut. Nur manche sind gut darin geworden, das jeden Tag zu fühlen. Und dann geht es darum, die Muster im Kopf und im Verstand zu durchbrechen. Ja, weil das Universe, das ist wie ein Hotelpartner, das will die Dinge abnehmen. Das will sagen, ey, kann ich was tragen? Und dann sagen wir, nein, 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 kann ich nicht. Weil damals mit zwölf hat meine Mutter, hat sie mir auch Hilfe angeboten. Das ist vollkommen schief gelaufen, deswegen niemand kann mir helfen. Ja, ja, ja. Das Universe will, dass es geht. Aber wir wollen nicht, dass es geht. Wir wollen die Depression behalten, weil wir uns damit identifizieren und weil wir sagen, ich bin die Depression. Das ist wie, als ob du auf Toilette gehst und sagst ... Ja, man hat einfach wieder was zum Identifizieren. Du sagst, ich bin der Shit, den ich eigentlich auf der Toilette loslassen will. Und dann hast du natürlich Angst, das loszulassen, weil du denkst, du bist die Scheiße, die du jetzt loslässt. Dabei bist du die Person, die die Scheiße behält. Du bist der Arsch. Schönes Bild. Aber ja, das ist ... Das können wir mal als kleines Highlight des Podcasts, das kannst du als Überschrift nehmen. Du bist der Arsch, der die Scheiße behält. Ich finde es unfassbar faszinierend. Ich finde es ... Weil damit kommt so viel Verantwortung und so viel Kraft auch irgendwie. Diese Freiheit, diese bedingungslose Freiheit, nach der jeder sucht, mit der kommt halt auch viel Verantwortung. Weil wir können es nicht mehr abgeben, sondern wir dürfen die Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist unglaublich faszinierend, dass man zum Beispiel einfach nur durch die Atmung jederzeit einfach sein State verändern kann. Und das heißt nicht, dass du etwas verdrängst oder so, sondern man hinterfragt sich einfach, ist das gerade dienlich, mich schon wieder so zu fühlen? Schon wieder die Rolle zu spielen, die ich mein Leben lang schon spiele? Oder möchte ich vielleicht einfach ein anderes Leben führen? Möchte ich vielleicht eine andere Geschichte über mich selbst erzählen? Ja. Geschichte umschreiben? Und das ist wunderschön, die Leute daran zu erinnern, dass es möglich ist. Weil das wird uns nie beigebracht. Das wird uns nie beigebracht. Ja, stimmt. Das ist unglaublich. Krass. Was ich auch spannend finde bei der Biochemie, dass ja auch im Magen super viel abgeht. Das, was wir essen mit der Darmflora, dass es so viel Einfluss hat auf unsere Emotionen, wie wir uns fühlen, was wir denken. Das ist so krass. Ja. Also, dass unser Magen, die Darmflora uns erzählt, auf was wir Appetit haben. Ja, jede Emotion erzählt uns das. Darf ich dir dazu ein Beispiel geben? Ja, sehr gerne. Jetzt ist es immer ein bisschen außerhalb. Das könnte jetzt ein bisschen für Diskussionen sorgen. Aber ich fühle gerade, dass das dazu ganz gut passt. Jeder hat immer mal wieder Magenprobleme und manche entwickeln tatsächlich chronische Krankheiten, was das angeht. Und wenn wir gerade über Emotionen sprechen, eine Krankheit, oder wo fange ich an? Wir fangen anders an. Viele, die da im Podcast hören, kennen wahrscheinlich das Gesetz der Polarität. Okay, also quasi alles, was eins ist, erleben wir in der materiellen Welt immer als zwei Gegensätze. Wenn es das Licht gibt, dann wirft dieses Licht immer einen Schatten oder wir brauchen die Dunkelheit, um das Licht zu sehen. Aber alles, was eigentlich gleichzeitig ist, erfahren wir in dieser Welt immer nacheinander. Das heißt, erst kommt die Ebbe, dann die Flut. Erst kommt die Gesundheit, dann die Krankheit. Alles in Wellen. Erst Tag, dann Nacht. Breathe in, breathe out. Und deshalb entscheiden wir Menschen uns, welche Seite der Medaille wir zuerst sehen. Ja, die einen, die sehen, möchten zuerst die Dunkelheit, den Schatten sehen, die anderen zuerst das Licht. So das, wofür wir uns entscheiden. Entscheidung bedeutet, wir scheiden uns von etwas. Decide. Unterscheiden, entscheiden. Wir scheiden uns, wir scheiden eine Seite von dem kompletten Ganzen ab. Jetzt entscheiden wir uns dafür, das Licht zu sehen. Und das ist jetzt bewusst. Das auf der Rückseite der Medaille nenne ich jetzt mal unterbewusst. Das ist das Unbewusste. Das sehen wir nicht. Wir wissen, es ist da, aber wir sehen es nicht. So, und jetzt ist dein Geist dein Bewusstsein und dein Körper ist dein Unterbewusstsein. Sprich, alles, was du nicht siehst, rutscht jetzt ins Unterbewusste, sprich in den Körper. Es sinkt nach unten. So, und es gibt einen Spruch, der heißt, The body is the greatest gift, showing you what is wrong inside. Indem der Körper jetzt wieder das, was du unterdrückt hast, den Schatten, ausdrückt in Form einer Haltungsänderung, in Form einer Krankheit, erlaubt er dir wieder zu sehen, was du nicht sehen wolltest. Schön. Und deshalb wieder heil zu werden. Was bedeutet denn heil? Schön. Ganz. Etwas ist kaputt gegangen, mach es wieder heile. Du machst es wieder ganz. Du schaffst Bewusstsein dafür, dass es beide Seiten gibt. Und das macht dein Körper. Und deswegen ist Krankheit und all das, dein Körper, immer die Wahrheit. Das, was dein Körper dir zeigt, ist immer die Wahrheit. Geist und Körper spielen zusammen. Und das zu verstehen. Das ist einfach nur die festeste Form von Energie, ne? Gedanken sind vielleicht die leichteste Form, dann die Emotionen, bis in den Körper, wo es sich dann zum Schluss manifestiert sozusagen. Das ist crazy. Und jetzt kommt das krasse so, jetzt machen wir meistens Symptombekämpfung, dann ist die Krankheit wieder weg. Aber wenn wir uns fragen, was ist die Emotion und welche Information trägt die Emotion? Quantenphysikalisch ist es so, wenn ein Elektron in eine Zelle geht, also sagen wir jetzt mal Energie, ein Elektron auf einer gewissen Frequenz, dann über das Elektrostrahlengerechnis kann jedes Elektron eine Information transportieren. In anderen Worten, alles, was wir fühlen, hat eine Information, eine Botschaft, eine Message. So, jetzt drückt sich diese Krankheit aus und durch die Energie, durch die Botschaft, aber wir drücken diese Krankheit weg, wir suppressieren sie, anstatt uns zu fragen, was ist denn die Message, ja? Jeder Künstler, oder das ist wie, du fährst im Auto und dann hast du, plötzlich fährst du im Auto und dann hast du im Cockpit, hast du eine rote Lampe, Motor, leuchtet rot auf. Du hältst an, rufst den ADAC, sprich einen Doktor, einen Arzt oder whatever und du willst, dass diese Lampe aus ist. Und jetzt kommt der ADAC-Typ an und der schraubt so ein bisschen am Cockpit rum und sagt, ja, jetzt leuchtet die Lampe nicht mehr. Was fühlst du? Du denkst so, hä? Hä, Bruder? Okay, ja, das Ziel wurde erreicht, die Lampe ist nicht mehr da. In anderen Worten, der Schnupfen ist weg oder die Krankheit ist weg. Aber du hast doch Angst, weil du denkst, es gibt doch einen Grund. Die Lampe ist doch nicht das Problem, sondern es ist der Hinweis auf eine Botschaft, die in dem Auto ist. Genauso, wenn wir körperliche Symptome haben, Druck, Stress, alles was wir, dann gibt es eine Form, wie in einem Kunstwerk, eine Form, die der mithilfe der Künstler die Message ausdrückt, aber das ist nicht die Message. Und alles, was wir jetzt tun, Entgiftung, Ernährung umändern, das fokussiert sich darauf, die Lampe auszuschalten. Ja. Aber was ist denn die Information der Emotionen? Warum kommt das überhaupt? Zum Beispiel, was bei mir jetzt direkt hochkommt, ist so vielleicht so ein Glaubenssatz oder so ein emotionaler State von Angst vor dem Leben. Immer auf der Hut sein. Und das manifestiert sich dann zum Beispiel in Anspannung, in Verspannung, in Blockade. Ja. Und dann fragt man sich, warum die Haltung sich verschlechtert, warum die Gelenke schlechter werden, warum die Muskeln sich zurückbilden. Wenn man vielleicht immer durchs Leben läuft mit einem Gefühl von, alles ist gegen mich, alles kann mich verletzen. Aber man kann sich nicht immer beschützen, man kann nicht alles unterdrücken. Weil es bleibt ja da, das finde ich auch super spannend bei Emotionen, wir haben immer die Wahl, sie wegzudrücken, aber das heißt nicht, dass sie weg sind, das ist eher ein Unterdrücken. Und irgendwann kommt es raus, irgendwann steht man so unter Druck, dass es platzt. Und vielleicht ist das auch, was manche Menschen brauchen, diesen Freshhold von, der Schmerz ist so groß, dass er einen dann wieder in Bewegung versetzt. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht mehr, wir Menschen sind ja auch gut im Aushalten. Wir nehmen lieber den gewohnten Schmerz, den wir kennen, als was zu verändern und vielleicht stolpert man so. Aber irgendwann wird dieser Schmerz so groß, dass dann der Kipppunkt ist. Und dann ist dieser Moment von, jetzt reicht es, jetzt ändere ich was. Es ist super spannend. Das heißt, manchmal ist es wertvoller, wenn die Situation für einen selbst eigentlich schlechter ist, weil es einen dann in Bewegung versetzt. Weißt du, was ich meine? Ja, pain and pleasure ist der Grund, warum Menschen tun, was sie tun. Und hier ist auch, wie Veränderungen steht, by the way. Das ist auch das, was wir auf unseren Events oder Programmen machen. Das ist jetzt supergeil. Weil, schau mal, wir Menschen tun alles, um Freude zu empfinden oder um Schmerz zu vermeiden. Und ich nutze auch sehr, sehr gerne den Pain, den Schmerz. Weil, wie gesagt, das menschliche Gehirn tut meistens mehr, um Schmerz zu vermeiden, als Freude zu empfinden. Weil wenn wir Freude vermeiden, dann verpassen wir vielleicht den Donutladen um die Ecke und Pleasure. Aber wenn wir Schmerz nicht sehen würden, dann würden wir vielleicht sterben. Deswegen bewerten wir Schmerz immer höher. Das war stärker, ja. So, wie werden Menschen von jetzt auf gleich rauchfrei? Wie schaffen es Menschen, Krankheiten innerhalb von ein paar Stunden, vor allem Gewohnheiten abzulegen, die sie ein Leben lang Prokrastination, Selbstzweifel? Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, wir holen den Schmerz raus. Wichtig an dieser Stelle, wir erzeugen keinen neuen Schmerz, sondern wir verstärken den Pain. Den Menschen jeden Tag haben, wir machen ihn realistisch. Ein Raucher zum Beispiel kann nicht mit Rauchen aufhören, wenn weiterhin er zu der Zigarette fühlt, Pleasure. Er fühlt, wenn ich die Zigarette rauche, dann bin ich entspannt, dann geht es mir gut. Er weiß, es gibt eine negative Konsequenz. Aber probiere mal zu einem Raucher hinzugehen und zu sagen so, ey, weißt du, Rauchen ist ungesund und allem drum und dran. Der weiß es alles. Langfristig ist es schlecht. Siehst du, das ist wieder Information. Information bringt uns nicht weiter. Aber jetzt geht dieser Raucher, der 20 Jahre geraucht hat, plötzlich zum Arzt, weil er einen Schlaganfall hat. Und der Arzt sagt, noch eine Zigarette, du wirst sterben. Plötzlich ist das, was er zur Zigarette fühlt, nicht mehr Freude, sondern den schlimmsten Pain, den er sich nur vorstellen kann. Und ich sage, warum warten? Warum warten, bis im Außen, das Außen uns zwingt, weil der Schmerz so groß ist? Was wir machen ist teilweise diesen Pain, der Unerfülltheit, des Drucks. Was macht das wirklich mit dir, jeden Tag gestresst zu sein? Wirklich frustriert zu sein, in einer toxischen Beziehung zu leben, vielleicht mit einem Partner, den du gar nicht mehr wirklich liebst. Was macht das wirklich mit dir, jeden Monat nicht zu wissen, wie du finanziell alles stemmst? Diesen Pain so groß zu machen, dass das Gehirn alles tut, um das zu vermeiden. Und immediately sind Gewohnheiten, Verhaltensweisen durchbrochen und sie streben nach ihrem höchsten Potenzial. Das ist ein Weg. Wenn du das verstanden hast, wie Emotionen im Körper wirken, dann können wir uns das immer selber zunutze machen. Weil wir verstehen, warum wir tun, was wir tun. Nie für das Ergebnis, sondern für die Emotionen. Boah, krass. Ja, ich fühle es sehr. Ich finde auch Gewohnheiten spannend. Gewohnheiten, auch so eine Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Weil sobald du dir bewusst bist, dass es eine Gewohnheit ist, ist es ja eigentlich keine mehr. Weil dann ist es ja schon wieder eine bewusste Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Wenn ich immer das Gleiche tue, in dem Moment, wo ich es mir bewusst mache, ist es ja eigentlich schon kein automatisches Muster mehr. Sondern dieses, eigentlich entscheide ich mich doch immer wieder dafür. Aber es ist so leicht zu sagen, es ist eine schlechte Angewohnheit. Ich bin immer so. Es ist wieder dieses, ich gebe es ab. Es liegt nicht an mir. Es ist so leicht, dieses wieder lieber Pleasure, als jetzt was zu ändern. Wow, super faszinierend. Ich bin, ich werde in wenigen Wochen Teil sein auf deinem Event, Besucher sein. Ich bin richtig aufgeregt und ich habe jetzt auch einen Geschmack, eine Vorahnung, eine Idee bekommen, in welche Richtung es da gehen wird und was da abgehen wird. Gibt es noch was, was du dazu teilen magst? Zum Event? Naja, das Event ist die, nach vier Jahren, nach allem, was wir jemals gemacht haben, der Zusammenarbeit mit über 2000 Menschen und für mich, allem, was ich gelernt habe, das, das Ding, wo ich endlich nach vier Jahren alles reinpacke, was ich, was ich, was ich gelernt habe. Von den besten Experten, von den ich lernen durfte, von den besten Trainern, aber auch, was wir in den letzten vier Jahren mit allen Teilnehmern angewandt haben. Das ist quasi ein Rahmen, wo ich alles reinpacke, was, was zu Menschen, was Menschen zu Comeback-Stories führt. Und auf diesem Event, ich freue mich ganz besonders, weil wir haben vorhin Zeiten von Corona viele Online-Kurse gemacht und versucht, irgendwie da zu helfen, da zu deliveren. Aber ich habe gemerkt, auch nach diesem Podcast, jetzt all about emotions, wenn jemand im Zimmer sitzt und die Dinge quasi dort für sich macht, ist nochmal ein ganz anderes Level, wie wenn wir eine Halle haben, wo hunderte Menschen zusammenkommen, wie mit Musik, mit der Stimme im Körper, Energiefelder aufbauen. Und es wird unvermeidbar sein, sich dort nicht zu transformieren, weil, wenn jeder plötzlich in den Pain geht, jeder in die Freude, jede, die er Ekstase fühlt, das wird ununglaublich. Spannend, der Körper passt sich ja auch dann automatisch an. Ja, ja, ja. Man kann sich gar nicht dagegen wehren. Du kannst dich nicht wehren. Also für jeden, der Struggles hat, der das Gefühl hat, stark zu sein in Emotionen, in Gedankenschleiften, in Verhaltensweisen, aber der wirklich viel erreichen will im Leben für sich, für andere. Wir bringen euch da an einen Punkt, emotional, körperlich, mental, finanziell, von dem aus, Veränderung in einem Moment geschieht. Und was wir machen werden, ist, hunderte dieser Momente zu kreieren. So, be ready. Be ready. Oh mein Gott. Krass, ich freue mich. Es kommen ja auch einfach unsere ganze Family. Alle. Unsere ganze Family wird einfach da sein. Ja. Ich bin, ich habe die Location schon gesehen und ich freue mich unfassbar drauf. Also wenn ihr das fühlt gerade, diese Folge hört und das Calling habt, dann schaut mal bei Danny vorbei und ich freue mich, wenn wir uns auf dem Event sehen. Wirklich, ich freue mich von Herzen, wenn wir uns dort sehen. Nutzt diesen Permission Slip und krass, ich bin richtig gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Drei Wochen, 22, 23, drei Wochen noch. Crazy. Und das ist ja irgendwo auch, vielleicht ist zumindest in diesem Moment, in deiner Phase, in der Phase deines Lebenssitzes, das größte Geschenk irgendwie, was du auch gibst, habe ich das Gefühl. Oh ja, Aaron, ich sage dir, als ich 2019 bei Tony Robbins war, habe ich ja die Entscheidung getroffen. Ich habe so, ja, ganz zum Schluss, nachdem ich durchgebrochen bin, nach Jahren des Pains, der Glaubenssätze, habe ich mich gefragt, was, was ist, was, was will ich unbedingt? Und seit vier Jahren habe ich jeden Tag, jeden Tag in meinem Kopf dieses Event und werde mich Leute fragen, Danny, was, was willst du machen, was möchtest du, was ist deine Vision? Und es ist immer dieses Event und alles, was wir hier gemacht haben, läuft auf diesen Moment zu, dass ich das endlich für dieses Event machen dürfen und es ist soweit, es wird stattfinden und wir wollen das Ganze groß machen. Ich möchte, dass das die Anlaufstelle, die Integritätsstelle ist für jeden Menschen da draußen, egal ob Schauspieler, Sportler, Leader oder die Mutter, die drei Kinder hat und nicht weiter weiß, wo jeder hinkommen kann und sagen kann, Alter, wenn ich Veränderung will, gehe ich auf diese zwei Tage. Und da finde ich es auch schön, dass du es ansprichst, weil da ist es mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dass jeder einzelne Mensch in seiner Art und Weise einzigartig, wundervoll und einmalig ist und wir haben davor darüber gesprochen, dass jeder Mensch dieses Bedürfnis, diesen intrinsischen Wunsch in sich hat, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Ich möchte dich als Zuhörer nochmal daran erinnern, dass Außergewöhnlichkeit subjektiv ist und dass jeder Mensch seine eigene subjektive Außergewöhnlichkeit in sich trägt. Weil wir tendieren dazu, dem eine Form zu geben. Und man hört das vielleicht und denkt außergewöhnlich und verbindet das mit Erfolg in Form von Reichtum oder Anerkennung. Ich glaube, das ist das Wenigste, was hier in diesem Rahmen gerade eine Rolle spielt. Für den einen ist es, ich möchte ein Buch schreiben und ein Schriftsteller werden, die andere Person will ihren eigenen Garten haben und es damit Glücklichen erfüllt und die andere Person, die will irgendwie der nächste Elon Musk werden. Ja, oder eine gute Mutter sein. Vielleicht auch Beziehung heilen, das ist ja das, was uns vielleicht auch in unserer Arbeit am meisten begegnet. Beziehung, Beziehung, immer das Thema Beziehung heilen, sich wieder trauen, sich Beziehung zu öffnen. Unglaublich spannend. Oh, ich freue mich ganz doll. Ich merke richtig das Exciting hat in mir. Mega, mega schön. Ich komme nochmal zurück zum Anfang. Welche Frage würdest du gerne meinem nächsten Gast stellen? Ui da. Machen wir es doch genau so. Was war eines der herausforderndsten, vielleicht für dich subjektiv in diesem Moment schlimmsten Ereignisse deines Lebens, die im Nachhinein ein, zwei, drei, fünf Jahre später zu dem schönsten Ereignis deines Lebens wurden? Das war ein Moment, wo du in diesem Moment gefühlt hast, ich gehe unter, aber eigentlich hast du herausgefunden, das war der Aufstieg. Schön, richtig schön. Vielen, vielen Dank von Herzen. Danke an jeden, der sich die Zeit genommen hat, hier dabei zu sein, zuzuhören, uns deine Aufmerksamkeit zu schenken. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen aus der Folge. Ich verlinke alles in Bezug auf dich, auf das Event. Nehmt euch die Zeit, schaut vorbei, fühlt rein und ich freue mich unendlich, wenn wir uns dort sehen. Und einfach nur danke. Danke euch fürs Zuhören. Danny, ich danke dir für das Gespräch, für die Zeit, für den unfassbaren Space. Bis zum nächsten Mal. Hast du noch abschließende Worte? Ciao, MLV. Und danke, mir danke. Macht's gut. Ciao, ciao. Geil! Ciao, stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020